Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal was Gutes getan habe. Sagen Sie mir, was Sie sich hiervon versprechen. Ich möchte normal sein. Will ein guter Polizist sein. Ist ein merkwürdiger Typ. Chris, er war früher ein guter Cop. Was ist dann passiert? Danke. Ist alles okay? Ja. Rachel Hargreaves ist erst seit zwei Wochen hier. Deshalb fährt sie mit dir mit. Ist dein Partner, richtig? Wer sind Sie? Ich bin Dealer. Sie schuldet mir was. Man, das kann ich nicht machen. Ich könnte deine Alte fertig machen. Wieso ist er sauer auf dich? Ich hab seinen Koks geklaut. Du hast was? Du bist tot, Alter! Du bist tot! Ich bin wirklich auf deiner Seite, aber das war hart. In diesem Job musst du manchmal Dinge tun, die so nicht im Buch stehen. Alle wissen doch, was mit dir los ist, Chris. Du hast keine Wahl, Chris. Das passiert, wenn du mich verarschst, Mann. Du bist ein Lügner und ein Feigling. Das hier tut uns nicht gut. Keinem von uns. Du bist meine Partnerin. Ich pass auf dich auf und du auf mich. Hab jemandem Gefallen getan, der sonst niemandem wichtig ist. Jeder Mensch ist wichtig.